Komplett wechseln. Ich möchte jetzt was probieren, das will ich vorher gießen. Machen wir mal eine mit Movement. Machen wir... Oder, 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 warte, kann man irgendwie irgendwelche Modifier noch einstellen, das ist irgendwie... Ey, warte, lass mich was probieren. Exciting as fuck! Ja, genau. Dass 8000 Views in einer Minute kommen, das ist ganz wichtig. Verstehst? Eine Minute. Wo war das jetzt? Das habe ich jetzt gerade hingewiesen. Ein MrBeast hat irgendwie so 8 Millionen Views in 3 Sekunden. Ja, seine Videos sind halt auch ziemlich gut. Gut. Hä? Ich habe vorher, warte mal. Lass mal kurz. Bitte lass mich. Lass mich gut schauen, weil das... Na, 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 na. All around the world. Na, 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 na. Okay, jetzt hat es mich rausgeholt, gell? Aus was? Die Idee ist das. Ach fuck, du hast die Lobby verlassen. Ich wollte doch heute noch Prestige Level 10. Jetzt bist du wieder da. Let's go. Prestige Level 10. Stell dir vor, Prestige in Geogester. Einfach Geogester Prestige. Ich glaube, das gibt's noch. Das wäre schon Flex. Stell dir vor, Prestige Level 10 in Geogester. Pio wie, du schreibst irgendwie in dein Resümee. Verstehst du? Hallo? Du schreibst in dein Resümee, Prestige Level 10 in Geogester. Ja, genau. Klar. Ja. Ah, da jetzt habe ich's. Don't blink. So, das ist jetzt witzig. Was ist Don't blink? You can only see the Street View image for a second. Was? Oh my God, I'm not prepared for this shit. Ah! Help me! Oh, Simon. Oh my God. Just ready? Just ready? Oh my God. I'm not ready, bro. I'm not fucking ready. Du musst so die Emotionen übertreiben. Wie so die Streamer. Übertreibt Emotionen. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God, bro! No way, bro! Nah! Nah, bro! What the... Oh, okay. Was? Was? Können wir bitte kurz stoppen? Du bist schon fertig. Nah, es geht weiter. Warte, was? Oh my God. Oh my God. Das ist ein absolut kranker Modus, Alter. Schlimm. Ein absolut kranker Modus. Ey, voll gut. What the... What the... Das ist... Drei Stunden. Acht Stunden. Acht Stunden. Machen wir eigentlich nichts anderes. Ja, let's go. Jesus. Jesus Christ. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wir haben so wenig Zeit. Es ist so krank. Es ist krank. Boah. Okay. Oh, ich... Oh, ich... Ich habe mir nämlich so gedacht... Das war ja schlecht. Ich habe mir nämlich so gedacht, Ach, das ist Feldbuch. Hörger gedacht. Und gehst nach... Nein, ich habe gepanickt. Ich habe einfach irgendwo reingeklickt. Ich war da schon. Ich habe es einfach nicht... Warte, wo war... Warst du, warst du in Real Life? Nein. Ja, in Schladming. Wir sind da sicher tausendmal vorbeigefahren. Du warst in Real Life in Schladming? Ich habe meinen zivilensten Schladming. Ist nicht Schladming so komplette Bourgeoisie-Gegend irgendwie? Irgendwie? Wem hier der Bourgeoisie-Gegend ging? Ja, dass halt alle komplett gestopft sind in Schladming, oder? Ist das... Ihr die Stadt selber? Nein, das... Oder ist das Kitzbühel? Nein, das war Kitzbühel, ja. Kitzbühel ist auch... Und die Leute gestopft sind. Ja. Und die Leute gestopft sind. Ja, es war... Also so hat es mir nicht vorkommen. Also schon eine gestopftere Gegend, sozusagen. Ja, es ist eine gestopftere Gegend, oder? Ja, es ist eine gestopftere Gegend. Alter, richtig gut. Oh my god, jetzt holst du auf in Irland, hey. Ja, ja. Wir sind viel besser in dem Modus als im normalen. Will ich nur anmerken. Warte, nein, das kann ja gar nicht sein, was? Ja, aber im Vorrat haben wir maximal 5.000 gehabt. 5.500, irgendwas. Und wir so eine Sekunde, wir zoomen instant rein. Ja, einfach sofort klar. Dann vertraut man nur mal auf die Intuition, und das passt. Ja. Das ist komplett deep, eigentlich. Hm. Ach, scheiße. Boah, what the fuck? Du haust raus. Warte. Ah, Monaco war das. Du warst schon Monaco? Ja, ich war auch schon. Ja, ja, das ist so. Von der Schule damals. What? Du warst gefühlt hier überall. Nein, ich habe mir so gedacht, so Italien-Vibes. Dann habe ich gedacht, Süditalien. Dann habe ich mir gedacht, nah, Bro. Ich habe nichts gesehen, aber... Äh, nah. Dann habe ich mir gedacht, Süditalien kann es nicht sein, weil das Haus schaut mir dann so bourgeoisie aus. Also das ist fix Norditalien. Okay. Hm. Aber ist es nicht irgendwie mega trippy, dass wir wirklich in diesem Modus besser sind? Alter, voll, du bist auch wieder voll nach draußen. Warum bin ich so gut in diesem Modus, Alter? Ich zerstöre halt. Ich so, hä, ich so. Ägypten. Okay, Israel. Ja, das wäre so mein zweiter Vibe gewesen. Aber wir waren beide gut, hey. Schon wieder. Ja, ja. Jesus. Ich glaube, das kann ich nicht mehr auffüllen, was du vorspielen hast. Das ist ein tricky one. Das ist ein fucking... Das ist ein fucking... Das ist ein fucking Bullshit. Das ist, was das ist. Nein! Okay, now I see. Dann wäre gut. Bro. Du warst alle, was du... Schau dran. Ja, GG. Ja, GG. Viel besser als die vorherige Runde. Ich würde sagen, okay. GG, oder warum waren wir so gut? Ja, ich würde es nochmal spielen. Ja, machen wir noch ein... Machen wir wieder ein Second. Das ist witzig. Der Ein-Second-Grind. Wir sollten so acht Stunden lang durchstreamen. One Second. Oh shit. Oh fuck. Das könnte im fruchtbaren Gürtel Afrikas sein. Das könnte überall sein. Nein, das ist ein bliebiges. Fuck. Oh mein Gott. Bruder, wenn das jetzt stimmt, ey. Wenn das jetzt stimmt, dann zuck ich aus. Bro. No way. Nein. Wie wir beide in Asien, das wäre ein C-A-B. Aber es ist spannend, wie wir beide... Nein, Alter, ich habe mir sogar gedacht, Alter, wenn das jetzt Japan wirklich ist. Dabei ist es Serbien. Serbien hatte nämlich niemand auf dem Schirm. Oder? Ja. Das ist... Kompleter Bullshit. Das ist hier, ich hätte nicht drunter gedacht. What the fuck? Das ist mir denn anstrengend. Oh my God. Ich weiß es doch nicht. Ich war mir jetzt so einfach lucky. Bro. Ja, das war ganz gut. Ich finde es geil, wie wir beide ungefähr gleich weit auf verschiedene Richtungen waren. Du halt nach... Du halt nach oben und ich nach rechts. Jesus. Jesus Christ, okay. What the fuck? Oh my God. Ah, ich habe wirklich keine Zeit. Ah. Fuck, wieso? Oh, wie bist du auf Deutschland gekommen? Alter. Alter, wieso? Alter, das war jetzt wirklich... Das war jetzt wirklich gut, ey. Wie bist du auf Deutschland gekommen? Ich habe mir gedacht, so diese leicht abgefuckten Vibes, das muss irgendwie Norddeutschland sein. Da habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, warum ich immer nach deinem Gedanken frage. Ich kann dich genauso fragen, wie bist du auf fucking Nevada gekommen? Oder so ein Schreis, verstehst du? You know. Ja. 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 Der Modus ist schon funny. Ja. Aber die meiste Seite tippt man vorne neben. Das war in Japan? Was ist denn das für ein abgefuckte Hut in Japan, ey? What? Da war ja voll viel Müll und so ein Scheiß, oder? Ja, Müll gibt es überall tatsächlich. What? Was? Was? So die fake Reactions, so die fake YouTuber Reactions. Was? Müll? Müll gibt es wieder? Ist du ready für das nächste? Boah. Wow. That's crazy, man. Oh shit. Ich habe keine Chance gehabt. Hast du, weißt du, wo das ist, oder? Nein, ich habe nichts gesehen. Dankstelle, das war es. Bro, gotta be Ohio. Only Ohio. Das war in Polen, einfach. Ich habe so, gotta be Ohio. Wo warst du in dem Start? In Iowa. Okay, letzte Runde, ready? Okay. Puh. Hm. Ich fühle was, aber keine Ahnung, ob das Gefühl richtig ist. Wir haben beide das gleiche Gefühl gehabt, und es waren komplett falsch. Es war komplett falsch. Aber es ist lustig, wir haben oft gleich getippt. Ich möchte die Results zuerst anschauen. Huuu, schon wieder zerstört. Ja, weil du den Deutschen tippt, aber jetzt... 5.000 zu 400, das ist crazy. Okay, es gibt noch andere Modi, warte. Ich habe gedacht, wir grinden jetzt 1 second durch, 1 game. Ja, ich mache nicht mehr so lange, ich bin ziemlich müde. Was gibt es denn noch? Warte, ich schau. Genau. Popular Landmarks? Na, warte, 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 was sind... Kannst du Sachen exkluden, oder wie ist denn das? Oder kannst du nur gewisse Areas machen? Ja, du kannst zum Beispiel sagen nur Österreich oder so. Na, nicht nur Österreich. Naja, wobei, wäre vielleicht auch einmal ganz witzig. Nur Österreich. Ja, wir haben ja letztes Mal die Bundesländer gerankt, dann müssten wir eigentlich einmal Österreich-only machen. Es gibt auch Hymnen. Na, machen wir noch eine Runde Österreich-only. No Movement. Ja, und dann würde ich gerne was probieren. Wenn es geht. Mach mal eine Runde. Ich hasse diese Einstellungen, ich kenne mich da noch nicht aus. Was? All around the world? Oder Austria? Blin, blin. Kannst du wirklich nur gewisse Countries einstellen? Ja, ja. Ah ja, genau, das ist schon Austria. Österreich. Ah, 3.555 Drops, was heißt das? Ach so, wie viele Locations wahrscheinlich? Ja, ich denke. Ah, und fast 10.000 Leute haben das schon gespielt. Nice. Wahrscheinlich alles Österreicher. Let's go. Wir haben ja so shit getalkt gegen gewisse Bundesländer. Ah, mein Gott, das ist... Ah. Jetzt wird man sehen, wie schlecht ich mein eigenes Land kann. Ah, fuck. Wie kann ich ein... Wie kann ich irgendwie die Bundesländergrenzen einblenden? Oder... Geht nicht, gell? Geht das? Denk nicht, nein. Ah, shit. Warte mal. Warte mal. Du kannst die Berge zeigen. Ich kann nur die Berge togeln, ja. Bundesländer Österreich. Ich muss sicher gehen, dass ich im richtigen Bundesland daheim bin. Es ist wurscht, es wird nicht nach Bundesland... Nein, 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 aber... Okay, 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 ja. Passt. Dann... Ja... Da drüben sage ich, oder? Ja. Waren wir ähnlich und voll daneben. Ich hab gesagt, Spurgenland. Wo hast du gesagt? Steinberg, oder was hast du gesagt? Ja, Steinberg. Ja. Aber es war im Norden. Es war im Norden. Shit. Oder am Niederösten. Aber ich hab 100 Punkte mehr. Get fucked. Um das geht's. Aber es wird competitive. Es wird fucking competitive. Ist es bei dir auch schwarz? Ich seh nix. Ja, ich hab auch noch schwarz. What? Kannst du skippen irgendwie? Na. Gehen wir mal einfach beide auf Graz. Setzen wir's beide auf den Schlossberg. Okay, warte. Ich setz mir... Ich setz mir auf den Jakobini, Brotz. Super, das haben wir drei Punkte mehr. Ja gut. Scheiße gelaufen, ne? Scheiße gelaufen. Alter, das... Da bin ich doch schon gongen, Herst. Ja, da bin ich schon gongen. Ja, da bin ich schon gongen, Herst. Ja, absolut keine Ahnung. Ja, da bin ich schon gongen, Herst. Wild. Wild. Wild, einfach. Wow. Was ist so dein Lieblings-Clickbait-Titel? Warte, wo war das? Klagenfurt. Klagenfurt in the house tonight. Was ist so dein Lieblings-Thumbnail, was du so gesehen hast in letzter Zeit? Da hab ich nicht drüber nach. Ah, nicht Thumbnail, äh, Clickbait-Titel. Lieblings-Clickbait-Titel. Da denke ich auch nicht drüber nach. Okay. Pass. Aber wenn mir einer auffällt, sag ich's dir. Wo setzen wir uns jetzt hin? Wieder auf den Schlossberg. Ich find'n Schlossberg, der dort. Ja, ist in Graz, glaube ich. Ich weiß, auch das aber. Ich setz mich... Alola, Ayola, upstairs. Let's go. Die Map ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Ohne, haben wir noch. Die Map ist komplett verbuggt. Das ist komplett scaft eigentlich. Boah, ist aber ein schönes Panorama. Das gibt keine Weibs, ey. Schöschee. Hm. Schöschee. Schöschee. Brrrr. Was ist eigentlich deine Meinung zu... ...Biddle Brrrr? Find ich cool. Guter Comedian. Out... Out of ten Punkte, wie viel würdest du ihn raten? Was ist eins, was ist zehn? Zehn ist best. Na, was ist der beste Comedian für dich? Keine Ahnung. Okay, er wird immer acht geben. So ist... Ja, ich würde ihm... Du weißt, ich würde ihm a sieben geben. Ah, okay. Schon. Na, ich finde ihn sehr witzig. Also ich habe mir für mich von ihm angeschaut und einige Specials. Ich habe keine kompletten Specials gesehen von ihm. Ich habe mir so eine Serie von ihm angeschaut. Nur YouTube Shorts kenne ich von ihm. Aber ich bin retroactively draufgekommen, dass der in Mandalorian ist und in Breaking Bad. Nein, im Breaking Bad auch. Oder wie er noch erkannt hat. Ich... Das ist komplett gestört. Warte. Bei den Kärnten. Kärnten sind halt einfach... Kärnten sind halt einfach die Vibes. Die GG. GG, hey. Damn. Ah, eine Sache möchte ich noch probieren und ich schlafen. Also nur mal eine Runde willst du nur mehr machen? Ja, ich bin so mit. Okay. Und zwar ist das Satellite City Drop Battle. Ich weiß nicht ganz, was das ist. Okay, probieren wir es aus. Fuck it. Let's go. Was hat... Ich weiß... Ist das die Auswahl... Ist das mit Movement oder ohne? Ich habe keine Ahnung, ob das so was ist. Ja. Das ist spannend. Was? Click on the correct city. Und wo kann das sein? In ganz... In ganzer Welt oder? Hä? Ist das mehrere... Also nur die pinken sind Auswahlmöglichkeiten oder was? Ja, ich denke. Hä? Und kann ich da nicht irgendwie quick hinspringen oder geht das nicht? Ich check diesen Modus nicht. Ich kann nicht rauszoomen. Ja, na. Darum geht's ja. Was? Der Modus fühlt mich gerade komplett. Wieso? Was ist das Problem? Ne, man muss... Man muss ja auf die... Das Satellitenbild? Ja. Und dann hast du aber Städte zur Auswahl. Ja, aber ich sehe ja nicht, wie die Städte heißen. Hä? Auf der Karte schon, oder? Oder ist das bei dir nicht... Ja, aber ich muss ja immer reinzoomen, warte mal. Toggle. Oh, shit. Back to start, oder was? The fuck? Okay, der Modus is crazy, dog. Ja, ich hab echt gewusst. Aber wo war das? Berlin. Oder was ist das festgemacht? Ich hab reingezoomt und geschaut. Achso, du kriegst mehr Punkte, je schneller du bist. Ja, aber wo hast du gewusst, wo das ist? Genuinely. Ich hab gewusst, aber es hat... Ich hab in Berlin reingezoomt, es hat so ausgeschaut. Die Spree. Also der Fuß. Ah ja, und da sicher, dann siehst du es ja gleich. Das wäre ja nicht. Du bist so eine. That's crazy, dog. Das ist das gleiche, wer schneller ist. Okay. That's crazy. That's nuts. Okay, beruhigen. Und sind immer die gleichen zur Auswahl eigentlich? Das war so ein neuer Ding, dann. What the fuck? Das ist das, das kann sein. Damn. Nein, verlassen. Ah fuck, ich hab's umgeregt. Ah, du darfst noch einmal Lust leben. Ich will leben. Achso, Lul. Es gibt zu viele. Okay. Damn, that's crazy, dog. That's fucking crazy, dog. Oh my god, bro. Ja, what? Bist du auf der richtigen Stadt? Nein. Fuck. Da oben war doch gar keine Stadt anzuse. Was war es denn? Was war es denn? War das Frankreich, oder? Ja, anscheinend. No way, bro. No way. Warum redest du das blöd? Okay, okay, continue. Ich weiß nicht, der Modus ist mir irgendwie zu tryhard. What the fuck is this? I think... Do I even think? I don't know. Okay. Okay. Hmm... Ja. Damn. No idea, bro. No idea. That's crazy, dog. Ich muss immer... Ich muss immer dich stiehen, dass er überbrückt wird. Ich bin so geschwaffelt. Wieso? Wie sagt man nicht Attention Span? Wie heißt das? Wie heißt das andere? Retention Time, glaube ich, oder? Retention Time. Ich glaube, das war das. Ja, dass die Leute halt nicht offklicken. Dass die Leute nicht wegklicken halt. Denkst du mir denn deine View? Guys. You need to actually just fucking like and subscribe. It's not even funny, dog. You're like, bro. Wo war es jetzt? Wo war es jetzt wirklich? In Zimbabwe. In Zimbabwe. Ich muss sagen, der Modus ist irgendwie dazu. Nein, ich feiere den auch nicht so, hätte ich gesagt. Aber... Du musst halt schauen. Du musst halt die Modi ausprobieren, um zu schauen, was dir... Ich tue jetzt einfach schnell welche raten. Das ist falsch. Um zu schauen, was dir schmeckt. Falsch, okay. You've failed this round. Okay. Submit. Okay, nope. Nope. Okay, eine habe ich noch. Let's go. Nope. Es gibt. Okay. Willst du es fertig spielen oder ist es noch los? Na, spielen wir es noch fertig und dann lassen wir es. Machen wir es noch fertig. Dann brauchen wir den Modus nicht mehr spielen. Okay, was sind wir da? Ah, das ist Palma de Mallorca. Okay. Na. Es ist sehr grün irgendwie, oder? Ja. Hm. Hm. It's very interesting. Okay. Your guess is incorrect. Hast du schon gegessen? Na? Na. Ja, das ist es nicht. Fuck. Ich brauche nicht mehr so langsam rein und raus zoomen. Okay. Wild guess. Um. There. No. Irgendwie schlecht in dem. Was? Irgendwie schlecht in dem. Irgendwie schon geil. Was hast du gegessen? Keine Ahnung, was in Südamerika. Oh shit, Griechen, ja. In Albanien, was? Was ist sogar nah mit Montenegro? Oh my god, wow. Ich hab schon gedacht Europa wegen die Felder, aber... Bei mir ist es blank. Hast du ein Bild? Ich hab tatsächlich ein Bild, ja. Ich hab kein Bild. Bei mir ist es weiß. Okay. Ah, na warte, what? Warte, hey. Okay, ungefähr... Es ist ein weißer Square... Okay, es ist grad komplett trippy. Es ist grad so ein weißes Quadrat in der Mitte von der Map. Aha. Und der Rest rendert normal von der Vogelperspektive. Okay. Okay, hast du sonst dran halt irgendwas? Ähm, da ist ein riesiges Loch. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. So viel ein Guess? Ja, das war schon. Shit, Alter. Hm. Alter, wenns jetzt da ist, ist nicht zu groß. Na, okay. Incorrect. oh shit okay okay last one last guess wo war's thailand thailand ich habe ich habe mir so gesagt es ist irgendwie schwierig zu beurteilen von oben ja ja von oben das ist nicht so leicht oh my god what the fuck das ist sehr dicht besiegelte das ist extrem dicht besiegelte suburbs oh ja mein erster corrector guess let's go nein zweiter versuch okay aber trotzdem schnell let's go aber ich hole glaube ich nicht mehr wobei oh das war schon gut na wie viel corrector hast du gehabt geht ja auch um die zeit ah ja da kriegst du mehr je hm hm ich hab mir gedacht asien aber dann gibt's ja wenig in asien ich gebe dir einen tipp es gibt eine sache die gibt's in asien nicht so die man von oben sieht also eine sache ist mir sofort aufgefallen wo ich mir gedacht hab asien no way mehr sag ich jetzt nicht sag mir mal was es ist das ist ja wurscht man hat gesehen nochmal es ist nicht in asien aha florida wo hast du getippt easy was was hast du getippt boah boah was ist dir auch für das ist nicht in asien also ähm so ein das hat so ausgeschaut wie so ein entweder football oder so ich glaube das war so ein baseballfeld oder sowas aha das hab ich ja nicht gesehen hab ich von oben gesehen hab ich mir gedacht das können nur die fucking jure so fucking a sein oh mein god hä boah das ist ja ein graue stock was ist denn das für eine scheiße he das schaut irgendwie depressing aus schon ein bisschen post apocalyptic apocalyptic vibes ist es da unten vielleicht das stimmt nope ok hmm da müssen wir uns um orientieren oh mein gott es könnte genauso gut das sein gell das kann es halt wirklich sein ist es das ja lol das ist es überhaupt ja alles naja ich hab mir nochmal die häuser genauer angeschaut hab ich mir gedacht das muss da irgendwo sein war aber wild guess hat mich jetzt überrascht also ich hab mir gedacht das könnte stimmen aber es könnte halt auch kommen es gibt halt so viele städte ja das ist da 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 wo warst du daheim Ukraine Irak hast du mal getippt ja ich bin eher gekommen aber schwierig ja ich hab mir gedacht so die sandy vibes die trashy vibes uuuuuh das sind sandy vibes was sind was ist denn das das schaut mir irgendwie zu symmetrisch aus das ganz ehrlich ich ach oh my god ok das ist es nicht es könnte halt überraschend wieder sein gell hast du schon ein guess ich hab mal geguessed aber hast du generell eine idee wo das ist oder no die area hm hm könnte auch da sein gell könnte halt literally auch hier sein aber ist es nicht oh shit oh shit yes let's go oh fuck ja ja wo war das Kasachstan Kasachstan ja Karaganda wie bist du drauf gekommen ich hab alles was irgendwie nach Wüste ausgesucht hat ja ich hab so gedacht so abgefuckte ukraine vibes hab ich mir gedacht aber dann hab ich mir gedacht naja naja die hat alles abgefuckte vibes naja ok das hat nicht so abgefuckte vibes das hat mehr so das hat mehr so wow european vibes what das hat mehr so keine vibes auch oder was hm 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 smarter okay das war wirklich das einzige in europa gg er heute habe ich irgendwie zerstört �� ja aber was ist satellite na ne das hat man auch nicht so geklaut muss ich sön das so gute Das sind meine Sachen.